Liebe Konfirmanden, liebe Festgemeinde, manchmal sind Dinge nicht so, wie sie scheinen. Wir haben einen falschen Eindruck. Ich hatte mal einen Mitstudenten, der wirkte nach außen, als ob er voll die Ahnung hatte, als ob er damals, als wir griechisch lernen mussten, alles im Blick hat. Und als es dann zu der ersten Prüfung kam, fiel sein Kartenhaus ein und wir merkten, es war nur gespielt. Und das war für ihn sehr, sehr schmerzlich. Manchmal ist es eben, dass wir denken, Dinge sind irgendwie besser. Zum Beispiel erzählte eine Familie neulich, wir haben einen richtigen Superhund, der holt uns jeden früh die Zeitung. Was ist daran so Besonderes? Wir haben gar keine abonniert. Ich möchte, dass euer Glaube wirklich ein Fundament ist, der nicht nur nach außen scheint, sondern euch wirklich durchs Leben durchträgt. Dafür beten wir heute. Dafür wollen wir euch den Segen Gottes für euren Lebensweg zusprechen. Und ich möchte unserer gemeinsamen Zeit, der Konfirmandenzeit, eine Überschrift geben vom Predigtext her heute. Und zwar ein Kurs im Unsichtbaren. In der Kirche geht es um das Wort Gottes und um die unsichtbare Welt Gottes. Und die ist nicht ausgedacht, sondern das geht viel tiefer. Da gehen wir viel tiefer in die Wirklichkeit. Denn Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen unvergänglich. Das Gegenprogramm zur unsichtbaren Welt heißt, ich glaube nur das, was ich sehe. Das, was ich selber anfassen kann, okay, aber was sehen wir denn heute, sind doch viele bewegte Bilder. Und da wisst ihr genauso gut wie alle anderen auch, dass in Zeiten von künstlicher Intelligenz Bilder manipuliert sein können. Auch alle Funksprüche, die abgefangen sind, was vorgelegt wird, was irgendwelche Politiker gesagt haben, es kann alles gefälscht sein. Wir können niemanden mehr ohne Misstrauen glauben. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Und ich hoffe, dass ihr das noch nicht erlebt habt, dass ein Freund von euch, ein guter Mensch, mit dem ihr seid, dem ihr euch anvertraut habt, wo ihr eine ehrliche Freundschaft hattet, auf einmal euch betrogen hat, weg war, sich gegen euch gestellt hat. Er hat sich für euch geschämt. Das kommt unter Menschen vor, wo man sich so täuschen kann. Wo das, was wir denken, ist eine belastbare Beziehung, sich als morsch erweist. Da hinten haben wir so einen Balken stehen. Könnt ihr euch dann mal rausgehen, mal angucken. Der war hier irgendwo eingebaut, sah super von außen aus. Und wenn man ihn aufgeschnittert hat, war er komplett hohl. Gott sieht in das Innere. Gott hat so einen Röntgenblick und der kann uns daran auch teilhaben lassen. In der Bibel heißt es vom König David, der als kleiner Junge gegen einen Riesen angetreten ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Paulus ermahnt euch, wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare. Dazu ruft uns die Bibel auf, auf Gott zu schauen, auf den unsichtbaren Gott, damit das Sichtbare ein Fundament bekommt, damit es nicht einbricht. Ich lese mal die Verse, die davor stehen vor, 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wir wissen ja, Gott hat Jesus, den Herrn, auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Denn alles geschieht für euch. Die Botschaft von Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen. Dann wächst zur Ehre Gottes auch die Zahl von Dankgebeten. Darum lassen wir den Mut nicht sinken. Auch wenn unsere äußere Kraft aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht, denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. Ich möchte euch drei Punkte mitgeben. Erstens, der Kurs im Unsichtbaren. Erstens, besteht in der Kraft von Kreuz und Auferstehung. Zweitens, erträgt dich in der Not. Und drittens, darum investiere in deinen inneren Menschen. Paulus schreibt, wir wissen ja, Gott hat Jesus, den Herrn, auferweckt. Er wird auch uns gemeinsam mit Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich treten lassen. Colin, na, wo ist Jesus geboren? Gut, musst du jetzt nicht antworten. Bethlehem. Das haben wir immer im Konfirmandenunterricht gemacht, als Quiz. Damit habe ich euch den ganzen Lebenslauf von Jesus traktiert. Und ihr habt das echt gut gebracht zum Schluss. Dass es geht um Jesus Christus. Ihn zu kennen, seine Biografie. Aber es geht ja nicht nur alleine um Wissen. Man muss auch sich ein bisschen auskennen. Ein Ehemann, der das Geburtsdatum der Ehefrau nicht weiß, das ist schon kritisch, soll vorkommen. Aber das Entscheidendere und das Wichtigere ist natürlich diese persönliche Vertrauensbeziehung. Und die können wir zu Jesus Christus haben. Und worin besteht die vor allem? Worin ist die Grundlage zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus? Das ist die 100-Punkte-Frage gewesen in unserem Quiz. Und die war, wozu ist Jesus am Kreuz gestorben? Nämlich zur Vergebung für unsere Sünden. Alle Menschen, und wir laden auch in unserem Leben Schuld auf uns. Wir machen Dinge falsch. Vor allem dann, wenn wir nicht nach menschlichen Maßstäben beurteilt werden, sondern nach dem Wort Gottes. Und das ist das Wichtige. Dort am Kreuz von Jesus Christus gibt es Vergebung der Sünden. Das steht in jeder Kirche im Zentrum. Und das verkündigen wir ins Land hinaus. Jemand muss unsere Strafzettel, die wir im Leben bekommen, bezahlen. Und das ist Jesus Christus. Vor 300 Jahren lebte ein junger Graf von Zinsendorf, hieß der. Und der hat es nicht so leicht, ist bei seiner Großmutter aufgewachsen. War zwar von hohem Stand, aber so viel Geld hat er auch nicht. Er hatte ein Erbe. Und er ist nach seinem Studium, hat Schule, Studium gemacht, Jura studiert, sollte Politiker werden. Und da hat er eine Bildungsreise gemacht durch Holland, Frankreich, damals riesenweit. Normale Menschen sind ja nicht aus dem Dorf rausgekommen. Und in Düsseldorf stand er auf einmal vor einem Gemälde, wo Jesus mit der Dornenkrone drauf war und darunter stand. Das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Das ist das Entscheidende. Und die Frage, die Jesus an euch richtet, richtet euch danach aus. Denn dieser Tod von Jesus ist nicht sinnlos gewesen. Er ist nicht dabei geblieben, sondern Jesus ist auferstanden. Das ist wichtig. Jesus ist nicht einfach ein toller Mann vor 2000 Jahren gewesen, an dessen Idealen wir uns ausrichten, sondern Jesus Christus ist auferstanden. Und er lebt noch heute. Er ist hier mitten unter uns. Wir können ihn erleben. Du kannst im Gebet mit ihm reden. Das habt ihr erlebt auf der Rüstzeit. Das haben wir praktiziert im Konfirmandenunterricht. Er ist der Schlüssel zur unsichtbaren Welt. Und mit ihm könnt ihr auch die Krisen in eurem Leben meistern. Da habt ihr jemanden, der euch an der Hand hält, auch wenn ihr im Wasser zu versinken droht. Denn zweitens, der Kurs im Unsichtbaren hilft in der Not. Und Paulus schreibt, die Not, die wir gegenwärtig leiden. Und auch an so einem schönen Tag wie heute, muss ich es euch sagen, und es wäre gelogen, es wären finstere Täler, wie es im Psalm 23 heißt, auf euch warten, wo ihr durch müsst. Es wären schwer getare gekommen, auch wenn es euch jetzt so gut geht. Aber sicherlich habt ihr davon auch schon mal gehört. Und wenn euch irgendjemand sagt, und es werden viele kommen, die was von euch wollen und sagen, wenn ihr die Diät haltet, wenn ihr da den Sport macht, wenn du die politische Meinung hast oder die Philosophie oder den Glauben, dann wirst du ein sorgloses Leben führen. Dann könnt ihr gleich weggehen, denn das ist gelogen. Das sind falsche Versprechungen. Es werden große Herausforderungen euch im Leben erwarten. Und ihr steht ja schon vor vielen. Ihr müsst jetzt nicht arbeiten gehen wie vor 100 Jahren, dass mit 14 mit der Konfirmation die Schule zu Ende war und man in Stellung ging. Aber natürlich die Frage, welchen Beruf werde ich ergreifen, das wird in den nächsten Jahren euch beschäftigen. Und es sind schwere Entscheidungen. Und werde ich einen Ehepartner fürs Leben finden? Das sind wichtige Fragen und die können auch Krisen auslösen. Deswegen übt euch in den Glauben ein, wenn es euch gut geht. Wenn es euch gut geht, dann kann man leichter sich dem nähern. Wenn man in der Krise ist, weiß man nicht, wie man selber reagieren hat. Dann ist die eigene Batterie geringer. Dann ist es gut, wenn man ein Fundament hat. Wenn ihr den Glauben jetzt lasst, dann trocknet er ein wie die Blume. Dieses wunderschöne Blüten, die waren gestern drin. Heute früh dachten wir, sie wurden nicht gegossen, weil die haben über Nacht alles ausgetrunken. Und wenn man nicht regelmäßig gießt, jetzt haben sie sich wieder gerappelt, weil wir nachgegossen haben. So ist es auch mit dem Glauben. Wer den Glauben nicht pflegt und nachgießt, da vertrocknet der Glauben. Am Freitag war ich bei einer jungen Frau, die hatte einen sehr lieben Menschen verloren. Und sie sagte mir, man bekommt Kraft, wo man sie gar nicht gedacht hat, nämlich von Gott. Ihr Lieben, ich will nicht, dass ihr am Leben zerbrecht. Deswegen übt euch ein, pflegt eure Beziehung zu Jesus. Paulus schreibt, die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht, denn sie bringt uns eine Fülle der Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Und seht auch die Nöte von anderen Menschen. Wir haben das ja gemacht im Konfi-Unterricht, dass wir für Freunde von euch Bekannte gebetet haben, wo ihr von ihren Problemen wusstet. Und ich träume davon, macht davon Gebrauch, wenn ihr Freunde habt, auch wenn die Nichtchristen sind, zu sagen, ich bete für dich oder kann ich für dich beten. Das hat eine große Macht, das Gebet. Das wisst ihr, nutzt das. Das ist euer Vorrecht, was ihr gelernt habt. Der Kurs im Unsichtbaren, er besteht erstens in der Kraft von Kreuzen auf Verstehung. Er trägt dich in der Not. Und drittens, darum investiere in deinen inneren Menschen. Darum lassen wir den Mut nicht sinken, sagt Paulus. Auch wenn unsere Kräfte aufgezehrt sind, und das ist, manchmal ist man am Ende. Das wisst ihr auch bei dem ganzen Stress, Sport, Schule, persönliche Probleme, vielleicht noch mit Freunden oder vielleicht auch mit den Eltern. Auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Ihr geht natürlich auf den Höhepunkt eurer körperlichen Kräfte erst zu. Er wächst noch bis Anfang 20, geht es bergauf. Aber danach eben nicht mehr. Und auch ein großer sportlicher Erfolg, der währt nicht ewig und den muss man verkraften. Da braucht man innere Stabilität, gerade wenn man ein Kämpfertyp ist. Deswegen investiere in deinen inneren Menschen, ihn zu stärken. Und das geht durch Jesus Christus. Innerlich neue Kraft bekommen, um den Schulalltag zu bestehen. Um das, was auf euch kommt. Die nächste Klassenarbeit jagt die nächste. Investiert daran. Und das ist ein bisschen was, haben wir in Geilsdorf im Vogtland eingeübt. Wie ihr es bei der Rüstzeit habt. Durch die Bibel, bleibt dran. Sucht eure Methode, wie ihr an der Bibel dran sein könnt. Wenn es die Losung sind, die Evangelien, da wo Jesus beschrieben wird. Die Psalmen zu beten. Und auch wenn kleine Krisen kommen, nehmt das als Ruf dazu. In die Bibel zu schauen. Und da Kraft zu bekommen. Gemeinschaft zu erleben. Fahrt auf Rüstzeiten. Herzliche Einladung wieder. Zur nächsten Konfirustzeit als Mitarbeiter zu fahren. Die Gemeinschaft vor Ort. Und begegnet Jesus im Abendmahl. Heute werdet ihr zum Abendmahl zugelassen. Könnt selbstständig dann zum Abendmahl gehen. Und hier können wir Jesus zu erfahren. Hier gibt er sich uns in die Hand und in den Mund. Dass wir ganz eng mit ihm verbunden sind. Nutzt das auch weiterhin. Ich wünsche euch herzlich von Gottes, von ganzem Herzen Gottes Segen für euren Lebensweg. Und so wollen wir euch heute begleiten und den Segen Gottes zusprechen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere und eure Herzen in Christus Jesus. Amen.